Also, wirklich euch auch jetzt langsam befreit fühlen von der Dudenmanie, von den Dudenmanischen Anteilen in euch, dass ihr spürt, die verschwinden und ihr seid frei von diesen zwanghaften Schriftsprachregelungen. Fühlt euch ganz locker. Also, ist auf jeden Fall im Ansätzen schon wirklich gut, legasthenisch, super. Also, kommt meines und passt sehr nah, ich habe also, hey, Faktor, Unfall, Fall, H, L, E, sind eigentlich drei Worte, R, E, A, Q, T, O, R, U, M, P, H, A, L, L. Aber wie gesagt, in der Legasthenie sind die Sachen dann flexibel.